Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Folge hier in Forza Horizon 3 und ja, wir machen wieder zum Ende dieser ganzen Multiplayer-Geschichte ein, ja, ein Crossover. Und zwar die beiden, ja, würde ich sagen, zuletzt besten Formate oder die beliebtesten Formate und zwar Wheelspin trifft erneut auf Cops vs. Eraser Most Wanted. Haben wir ja erst gemacht, kam richtig gut an und wir haben gedacht, ja, zum Abschluss machen wir das Ganze nochmal. Warum und wieso zum Abschluss? Ja, wer aufs Datum blickt, wird feststellen, dass nächstes Wochenende schon zumindest mal für die Ultimate-Besitzer Horizon 4 draußen ist und dann macht es nicht so viel Sinn, nochmal eine Horizon 3 Multiplayer-Folge rauszubringen. Das heißt, die Horizon 4 Multiplayer-Folgen rollen dann auch so langsam an. Ich schätze mal, so die ersten Folgen wird es dann so in zwei Wochen geben. Also, ja, dann können wir uns daraus schon mal freuen. Nichtsdestotrotz wird es nach dieser Folge nochmal eine abschließende Multiplayer-Folge geben. Also es ist nicht die allerletzte Folge, aber es ist eine der letzten Folgen. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ganz traurig und deswegen lassen wir es nochmal richtig krachen. Mit dabei heute haben wir Arkois, Bellonun, Flyer Racing, Grollspier, Trapwolves, Lars, Maler, Murmel, Renegade, Teardrop und den Zerstörer 8000. Hallo. 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 Ich werde immer noch mal am Tag. Hi. So, ja, ich denke mal, jeder, der Wheelspin nicht kennt oder Cops vs. Racers nicht kennt, der wird es jetzt kennenlernen. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr, glaube ich, erklären, so kurz zu Ende. Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Ich bin wieder der Racer, das heißt, ich darf viermal drehen. Ah, guck mal, ich habe genau vier Spins sogar noch über. VIP darf ich natürlich nicht dazu rechnen, aber ja. Ich drehe aber mal, während die Racer allerdings nur dreimal drehen dürfen. Und ich sollte mir das irgendwo aufschreiben und irgendjemand hat hier extreme Mikrofonprobleme, habe ich so das Gefühl. Ja, ich finde nichts zu schreiben, dann muss ich mir halt jetzt den PC-Editor nehmen. Boah, Fuhrpark ist voll. Traurig, aber wahr. Ja, das nochmal, Jack Toys darf man nicht nehmen, ne? Ne. Donkerfurt, kacke. Ne, der ist nicht kacke, du darfst ihn noch nicht nehmen. Egal, bringt fast 100.000. Wie war das mit Ultima, GTA? Zur Testfahrt, ähm, Ultima nicht dabei, aber zur Testfahrt hat Kraya das Startgebiet, also da sollten wir da nicht hängen. Das ist korrekt, Sperrzone. Oh, ich habe es akustisch jetzt nicht verstanden, Andy. Nein. Kein Ultima, 27. Nein. Also wäre es doch gar nicht. Meines Wissens nach ist das ein Track. Toi. Oh, verdammt. Scheiße. Ja, okay. Okay, ich bin durch. Sorry. So, ist noch jemand am drehen? Nope. Ja. Ja, die, die fertig sind, können sich ja schon mal zu einem Festival-Beat aufmachen. Zehn Mal hintereinander 5.000, ich könnte heulen. Zehn Mal hintereinander, das ist ja rekordverdächtig. So, ich glaube, ich glaube, es sind alle weg vom Flugplatz. Jetzt, dann bin ich der Letzte, der noch schnell hier irgendwo hingeht. So, dann gebe ich gleich den Startschuss, sobald man anfangen darf. Und zwar so, Andy, möchtest du auch einen extra Channel, oder? Ja, bitte. Alles klar, dann ziehe ich dich schon mal. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, ab jetzt geht's los, 15 Minuten. Viel Spaß euch. So, wir sind auch alleine, ja? Du und ich. Und der andere, der da noch zuschaut, hallo? So, ja, äh, nicht so geile Spins, muss ich sagen. Also, bei der ersten Crossover-Wheelspin-Most-Wanted-Ausgabe, ähm, lief es ein bisschen besser. Ha? Also, das wird Hardcore, glaube ich. Ähm, aber jetzt gucken wir einfach mal, was wir denn daraus tunen können. Wir müssen jetzt erstmal zu Chevrolet gehen. Und gucken wir doch mal. Wie haben wir den guten? Den Chevrolet Camaro IROC Z, ja? Ja, und, ähm, ja, das wird lustig. Wir haben gezogen noch 45.000. Das war noch der beste Spin. Äh, 30.000 und 15.000 macht in der Summe 90.000. Ähm, ja, das wird schwierig, glaube ich, daraus ein gutes Fluchtfahrzeug zu machen. Aber wir gucken mal, ja? Schauen wir einfach mal, was wir denn daraus basteln können. Wir können natürlich einen Motorswap machen und das wird wahrscheinlich auch die bessere Variante sein. Ähm, wir werden allerdings nicht den V12 einbauen. Von dem haben wir genug gehört. Ich denke mal, ich werde wieder auf den V10-Umbau gehen. Und das ist ja nicht der, äh, Motor aus dem R8 oder aus dem Huacan, sondern das ist ja der V10 aus der Dodge Viper. Also ein 8,4 Liter, das heißt, äh, es bleibt amerikanisch, auch wenn man jetzt nicht unbedingt einen Dodge Viper-Motor in ein Chevrolet einbauen würde. Aber, ja, ich glaube, das passt schon so. Und, äh, ein bisschen V10-Power schadet auch nicht. Deswegen, wir bauen auch auf Allrad um, weil, bringt halt einfach was. Und wir bauen dem Ganzen einen Turbolader ein. Einfach Power. Ähm, jetzt gucken wir gerade hier mal. Da können wir, äh, diese Forza-Splitter, eigentlich würde ich gerne drauf verzichten. Okay, den hinteren können wir eigentlich machen. Das fällt nicht so auf. Und vorne können wir, ja, sowas machen. Wobei die Serie eigentlich schon geil aussieht. Ich glaube, ich lasse es so. Ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ähm, vorne verzichte ich mal drauf oder sollen wir es einbauen? Da sieht ein bisschen Panne aus, aber, ja gut, man sieht es nachher eh nicht, ja. So, ist ja kein Schönheitswettbewerb, den wir hier veranstalten. Dann machen wir mal die Rennreifen drauf. Ganz breite Schlappen machen wir drauf. Zack. Und Felgen. Gucken wir mal, ob wir da was Cooles finden. Was irgendwie optisch auch ein bisschen passt. Na gut, die sind jetzt schwerer. Das ist ein bisschen blöd. Äh. Oh, mal hier durchgucken. Oh. So, darf ja optisch auch ein bisschen cool sein. So einen alten Ami. Kann mal durchgucken. Optik ist ja auch wichtig. So. Kann mal gucken. Die wären ja eigentlich ganz cool, oder? Ja, so. Dann machen wir halt... Ja, 19 Zoll geht vollkommen klar, würde ich sagen. Kann man machen. So. Wir haben ja noch Kohle über. Ich hoffe... Ups. Arbeit fortsetzen. Also weiß man nicht. Ich hoffe, das Geld reicht jetzt gleich noch. Ansonsten müssen wir auf die Felgen wieder verzichten. Weil die sind halt schon ein bisschen teuer gewesen. Aber 90.000, da könnte prinzipiell schon einiges gehen. So, schön tief das Ganze. So, und jetzt alles in den Motor. Jetzt bin ich mal gespannt. Motorteile können teuer sein. Müssen es aber nicht. Ja, okay. Ich glaube fast... Es reicht nicht. Dann müssen wir gleich jetzt... Bei Motorleistung würde ich schon ganz gern... ...in die Vollen gehen. Deswegen müssen wir jetzt doch das ein oder andere Teil ausbauen. Okay, pass mal auf. Wir verzichten mal auf die... ...die Geschichten hier. Also es ist nicht ganz ein Vollaufbau. Aber dann müssen wir jetzt grad mal gucken, was wir dann machen. Dann machen wir... ...das hier schon mal raus. Dann müssen wir ja fast echt auf die Felgen verzichten. Aber das ist ja echt scheiße eigentlich. Und dann halt natürlich auch in der Größe. Größe auch entsprechend ändern. So, dann sind wir nämlich wieder richtig. Dann können wir ja doch Ding machen. Äh... Oder? Ah, nee, wegen 135 reicht's nicht. Äh, Sheet. Ja, dann machen wir halt nur die Teile rein. So. Dann sollte das doch passen. Lassen wir mal. Das ist teurer. Ah, das reicht auch nicht. Ne, okay. Dann lassen wir es so. Dann reichen die 90.000 nicht ganz aus. Für einen Vollaufbau ist, glaube ich, nicht so. Ist trotzdem, glaube ich, ganz gut. Von der Stärke her. Ähm. Wobei die Cops natürlich hier und da wahrscheinlich schon richtig böse Fahrzeuge haben werden. Ähm. Aber ja. 790 kW kann man annehmen, würde ich sagen. Dann bauen wir das alles mal ein. So. Und dann gucken wir gerade mal beim Design. Am besten keinen schwarz nehmen. Boah, das sieht ja geil aus eigentlich, ne? Mit dem Weiß. Blau finde ich aber auch geil, muss ich sagen. Und die Farbkombination finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber die hat irgendwie was hier. Das Weiß. Machen wir so. Nehmen wir auch mal das Weiß. Und den Rest lassen wir, wie es ist. Und dann nehmen wir statt die normalen Rennreifen doch die Red Line, oder? Die müssten doch eigentlich ganz gut dann passen zum Design. So. Hier haben wir die Red Line. Die sind ja gleich. Ich weiß, da oben steht jetzt wieder 9000. Aber naja, wir geben sozusagen die anderen ab für 9000. Und nehmen dann die für 9000. Dann passt das auch. Ähm. Ich wurde auch mal schon gefragt, warum ich immer oder oft sehr, sehr teure Reifen nehme. Ist es nicht vielleicht sinnvoll, da mehr Leistung zu nehmen? Erstmal haben wir hier mehr als genug Leistung. Und zweitens kann man sagen, das ist in Real Life so, das ist auch hier im Spiel so. Der Reifen ist immer der Kontakt zwischen dem Asphalt oder dem Untergrund und dem Fahrzeug. Wenn du scheiß Reifen hast, Entschuldigung, dann ja, bringt es dir ja alles nichts. Du musst ja gute Reifen haben. Das ist ja sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn du keine guten Reifen hast, die keinen guten Kontakt aufbauen, dann bringt dir das alles nichts. Dann kannst du Leistung haben ohne Ende, bringt dir ja alles gar nichts. Und das wird auf jeden Fall, oh je, oh je, oh je, das wird eine sehr lustige Geschichte, glaube ich. Ähm, ja, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen ins Feintuning. Und gucken mal. Oh, äh, jetzt erstmal hier das Ganze ein bisschen, versetzen wir alles mal ein bisschen länger. Schafft er über 400? Äh, er will nicht so richtig. Komm, 400 geht auch klar. Jawohl. So, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. So, dann machen wir hier mal vorne ein bisschen mehr Sturz. Hinten machen wir auch ein bisschen. hier machen wir dann Stubbies. Ja, müssen wir auf jeden Fall Trick 7 anwenden. Wenn man einen normalerweise Heckantrieb auf Allrad umbaut, dann muss die Gewichtsverteilung, äh, beziehungsweise die ganzen Aufhängungsgeschichten etwas verändert werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, das ändern wir auch ab. Da gehen wir auf volle Hütte, dann werden wir jetzt die 400 kmh wieder nicht mehr erreichen, weil das dann ein bisschen ausbremst, aber ist auch nicht so wild, würde ich behaupten. Und beim Diff machen wir ähm ein bisschen weniger und hier auch ein bisschen weniger. Die Verteilung machen wir so auf ja, auf 80 Prozent. Das passt. Und hier auch ein bisschen weniger sperren noch. Weg mit dir! Ah, das wird auf jeden Fall Fadatowa, glaube ich. Also wenn die da irgendwie krasse Sportwagen haben, dann... Dann gucken wir mal. Also ich muss auf jeden Fall auf der Bremse ein bisschen aufpassen. Was ich damit meine, ist, dass ich genügend abbremsen muss, einfach um genügend Speed rauszunehmen bei dem Fahrzeug, weil das Fahrzeug bei weitem nicht so schnell um die Kurven kann, wie man es zumindest mal im Verhältnis zur Beschleunigung erwarten würde. Aber ich glaube, das geht schon klar. Nachteil, den wir jetzt natürlich wieder haben, ist, wir haben halt den Motor vorne, das heißt, jeden Kontakt, den wir von vorne kriegen, ist halt, kann es uns ausgedeuten. Sprich, wenn uns ein Kopf entgegenkommt und es trifft, dann haben wir ein Problem. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass dem nicht so ist. Also sowas soll ich auch vermeiden. Aber jetzt haben wir noch einen Schaden aus. Den machen wir dann gleich noch an. Ja, es ist... Was ich noch schnell ausprobieren möchte, ist dann bei der Bremse das so zu machen. Beim Diff dann doch nochmal das doch anders probieren. Quasi Verzögerungs-Diff und Beschleunigungs-Diff dann doch nochmal zu drehen. Und dann Ja, also ich glaube, die Ausgabe könnte schon sehr schwierig werden, je nachdem, was die Cops für Autos fahren. Und was die Cops für Autos fahren, das ändern wir jetzt, nehme ich im Vergleich zum letzten Mal. Werden wir diesmal nicht spoilern, das heißt auch, die wissen nicht, was ich fahre, ich weiß nicht, was die fahren und das lösen wir dann quasi am Ende der gesamten Folge auf, wer was fährt und wer wie was aufgebaut hat, damit man halt auch noch weiß, was wie eingebaut wurde. Also ja, wir werden auf jeden Fall auf der Bremse große Probleme bekommen. Es hilft natürlich immer, ein Fahrzeug zu haben, was sehr, sehr wendig ist. Das haben wir hier definitiv nicht der Fall. Sprich, immer schnell irgendwie ein Richtungswechsel oder so wird sehr schwierig werden. Jetzt gucken wir mal noch hier, inwieweit wir oder wie schnell wir sein können. Guck mal, selbst so was kriege ich nicht mehr hin. So eine Kurve schaffe ich nicht mehr. Also das wird schon schwierig, glaube ich. Jetzt fahren wir noch einmal ganz kurz die Küstenstraße lang, ein bisschen die B testen. Ehe die Zeit jetzt dann gleich vorbei ist. Power haben wir, da wollen wir nicht drüber reden, aber wie gesagt, was bringt dir Power, wenn du es nachher nicht irgendwie in Kurvenspeed umsetzen kannst. Ja gut, lassen wir das mal so stehen. Zeit ist um und dann würde ich sagen, kurzer Cut und dann geht es auch schon direkt los mit der Verfolgungsjagd. So, da stehen wir nun. Die Zeit läuft und ja, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht, was die fahren. Die wissen nicht, was ich fahre. Und ich habe vergessen, bei mir alles richtig einzustellen. Ich schlau Kopf, Moment. Das war es natürlich richtig dumm. Ups. Ich hoffe, die haben das gemacht. Voll vergessen, aber ist ja jetzt noch nichts passiert. Deswegen machen wir da natürlich jetzt noch schnell alles an. Gerade festgestellt, irgendwie habe ich ja voll den Vorteil, wenn ich die Karten da unten links sehe. Aber das hat sich jetzt erledigt. Peinlich, peinlich. Peinliche Berührung. Glauben wir mal, dass die das auch alle nicht vergessen haben. Einzustellen, weil sonst wird es eine kurze Verfolgung. Ja, Kopf, wird es Racer, Most Wanted. Ganz normal, alle jagen mich. Ich darf einmal ins Festivalgelände fahren, um mich zu reparieren. wenn ich es dann schaffe. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? So, jetzt fahren wir erstmal hier nochmal ein paar Meter. Das ist ein bisschen gefährlich, eigentlich in die Richtung zu gehen, weil immer eigentlich Nähe Goliath ist immer super kritisch. Aber sei es drum. Ja, wir können jetzt von hier aus versuchen vielleicht Richtung den Satellitenschüsseln erstmal zu kommen. Und dann mal gucken. Und das am besten dann hier rüber. Boah. Irgendwann oben bei Copapati wird irgendwo jemand sein, aber scheiß mal drauf. Oh, ich fahre erstmal in die Pampa. ist einer hinten dran. Nacht ist immer kritisch, weil man nie so richtig einschätzen kann, welche Scheinwerfer jetzt Cop sind oder nicht. Zumal ich auch nicht weiß, was für Copautos es gibt. Können, kann das ja prinzipiell alle sein. Das ist halt da der Problem. Die Erfahrung haben wir gemacht, wenn man ein hohes Tempo fährt, hat man eigentlich die besten Chancen, sofern man natürlich nicht abfliegt oder Passanten rammt oder dergleichen. Aber jetzt schauen wir mal, die Sonne geht auch am Horizont schon auf. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ich habe jetzt auch nicht so ein typisches Racer-Car, weil sie vielleicht erkennen sie es auch nicht sofort. Wobei, wenn ich hier mit über 200 Sachen rumrase, wäre komisch, wenn sie es nicht erkennen sollten. Aber, naja. Mal gucken, ne? Noch bin ich nicht nervös, noch alles cool, aber noch haben wir auch keinen Kopf gesehen. Das kann sich dann mal ganz schnell ändern. Gefahr ist dann natürlich, dass Andi jetzt der Polizeichef ist. Der kann das schon ganz gut organisieren, den Spaß. Aber ich fahre diesmal ja auch ein bisschen jetzt eine andere Route, wie ich sonst als gefahren bin. Muss ja mal bis dann von seinem Standard abweichen. Letzten Male lief es ja immer sehr, sehr, sehr gut für uns, was die Befolgung anging. Entweder haben sie uns erst ganz, ganz, ganz am Ende bekommen oder gar nicht bekommen. Man erinnert sich an die große Ausgabe, als Andi und ich zu zweit Racer waren. Da haben sie über 50 Minuten keinen von uns bekommen oder drei Viertelstunde war es, glaube ich, keine 50 Minuten. Ah, das Teamplay ist halt natürlich auch sehr wichtig. Der Cops und wie gut die Ansagen sind und, ja, unnatürlich Glück oder halt Pech, ne? Also je nachdem, aus welcher Sicht man es halt sieht. Wenn der Racer halt seine Kache die ganze Zeit an der KI kaputt fährt, dann ist das halt eine andere Geschichte, was ja auch mal vorgekommen sein soll, was der Racer sein Auto öfters an der Welt kaputt gefahren ist. Eigentlich sind die Satellitischen da hinten, also ich müsste über den Schotterweg fahren, aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir bleiben jetzt mal erst mal auf dem Asphalt. Noch sehe ich mich nicht gezwungen, auch mal auf die Schotterwege auszuweichen. Offroad ist sowieso verboten, außer da war ein Cop-Auto. Sah dann zwar ein bisschen komisch aus für ein Cop-Auto, aber okay, und er hat auch gleich kapiert, dass ich kein Cop bin. Das ist ein bisschen blöd. So langsam steigt der Blutdruck. Oh Gott, da ist ja eine mega beschissene Kurve. Shit. Ich glaube, der hat ein englisches Polizeidesign. ein Jaguar. Das ist ein Jaguar. Eine Raubkatze, die uns jagt. Ich komme halt kaum um Kurven. Aber ich glaube, der ist irgendwie nicht... Ah ne, er ist noch dran. Scheiße, ich dachte, er ist schon in die Pampa abgeflogen. Da kommt schon der nächste Cop. Vielleicht schaffen sie es ja auch wieder, sich gegenseitig abzucraschen. Ja, ja, nicht schlecht. Oh Gott, die bremsen, ey, die bringen mich noch um. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott, 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 kommt doch da rum, ey. Oh, es ist heftig. Machen wir mal kurz die Tänemidrie dazu. Muss man wissen, wie die Welt ausschaut. Äh, ich weiß halt nicht, ob die da noch irgendwo sind. Und jetzt wäre geschickt, wenn wir irgendwie Richtung Regenwald kommen, aber da bin ich jetzt schon falsch gefahren. Wobei, nee, eigentlich nicht. Ich kann hier auf die Autobahn zurück und dann nehme ich die... Wer... Oh, leck mich am Arsch. Also, sorry, Leute, ich würde nicht so gern so oft Offroad fahren, aber leider geht es nicht anders bei dem Fahrzeug. Die Bremsen sind nicht so geil. Da ist eine E-Klasse oder eine C-Klasse. Oh ja, klar, dass die da irgendwo jetzt sein muss. Oh, ich muss halt so abbremsen. Das ist halt so nervig. Sonst könnte man einfach ganz zack irgendwo neben rausfahren. Aber das könnte man halt vergessen hier. Ah, fuck, die sind doch scheiße schnell. Und dann bin ich am V12-Umbau oder weiß ich was wieder am Start. Bis jetzt gab es noch keinen Kontakt, also einen Karosserie-Kontakt, aber das kann sich ja mal schnell ändern. Und ich weiß leider nicht, wie die Kurven hier hinten gerade verlaufen, deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Da kommt schon ziemlich nah ran jetzt. fahren wir mal hier weiter. Irgendwo werde ich schon rauskommen. Aber ich glaube, das ist, da komme ich jetzt bei Surfers Paradise raus. Wenn ich das richtig noch im Sinne habe. kommt da einfach rum. Hier muss ich jetzt ganz, ganz, ganz schnell weg von der Straße. Das ist nämlich richtig gefährlich jetzt hier. eine schnelle Parallelstraße zur Autobahn. Das ist nur die Frage, wo fahre ich jetzt am besten lang? Oh, ja, okay, das war's. Da habe ich jetzt zu spät reagiert. Der war so, ähm, ähm, der war, äh, durch, uiuiui, der war, Aua. Ja, das war's. Der war, ähm, durch die Spiegelung, quasi, durch die Spiegelung war der so getarnt. Und deswegen, äh, konnte ich da nichts machen. Das war ein bisschen, war ein bisschen doof. Ja, die Zeit ist vorbei. Ähm, zehn Minuten. Das heißt, ich habe jetzt noch 15 Minuten, ähm, für die zweite Runde. Das heißt, ich, äh, borde mich mal kurz woanders hin. Und, äh, ja, das war blöd. Aber das habe ich ja schon gesagt. Das ist halt das Problem bei dem Fahrzeug. Wenn ich vorne erwischt werde, ist es direkt vorbei. Ja. Ähm, deswegen machen wir kurz einen Cut an der Stelle. Und dann, ja, geht's nicht die zweite Runde, da habe ich 15 Minuten noch Zeit. Und mal gucken, ob ich es dann schaffe. Also einmal haben sie mich jetzt auf jeden Fall erwischt. Sehr eiskalt erwischt, leider. Ähm, aber, naja. Also, bis gleich. So, da stehen wir nun. Und, äh, ja, was die nicht wissen, ich war, äh, bei Pain & Spray, ja, wie man das kennt, so schön GTA-mäßig. Und habe mir jetzt statt einem weißen Anstrich jetzt doch mal diesen, ja, bodoh-rodenden Anstrich verpasst. Vielleicht erkennt sie mich ja dann nicht. Und, äh, ja, 15 Minuten Zeit läuft schon bereits ein wenig. Und, äh, mal gucken, ob es jetzt gelingt. War natürlich ein bisschen blöd. Ich habe jetzt auch gerade nochmal mit den Jungs ganz, 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 ganz kurz gesprochen. Und, äh, ja, das Problem ist einfach halt, dass die Corvette, die uns da ja frontal getroffen hat, dass ich die viel zu spät registriert habe. Und als ich sie registriert habe, konnte ich halt nicht mehr ausweichen, weil, ihr wisst, lenken ist echt ein bisschen schwierig mit dem Ding. Äh, schnelles Ausweichen ist halt nicht so. Leider. Und, äh, habe ich ja schon eingangs erwähnt, wenn uns was frontal trifft, dann ist sie ja meistens schon vorbei. Bisschen blöd halt an der ganzen Stelle. Ich glaube, der hat uns gesehen. Boah, ey, wieso sehen die uns immer gleich? Das kann ja nicht sein. Fahren wir da jetzt aber mal ab hier. Fahren wir da nicht so einen Flugplatz. Ob da jetzt natürlich jemand ist, weiß ich nicht. Man ist hier schon so ein bisschen gefangen auf dem Flugplatz. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da schnell wieder auch wegkommen. Ja, aber das ist halt so ein bisschen die Gefahr bei dieser Wheelspin-Geschichte. Ich gehe mal davon aus, dass die Cops halt einfach zum großen Teil die besseren Fahrzeuge haben. und das macht es halt sehr, 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 sehr schwierig, gegen die zu bestehen. Weil normalerweise ist es ja so, bei Most Wanted-Format, dass der Racer ein Tick besseres Fahrzeug hat als die Cops. Und die Cops halt wirklich durch Teamwork und durch kontinuierliches Zermürben das Fahrzeug des Racers kaputt waren. Aber hier ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig. Wobei man ja sagen muss, was Speed angeht, also gerade Ausfahren und so, glaube ich, sind wir schon richtig gut aufgestellt. Denn da haben wir natürlich mehr als genug Power, aber halt eben, was halt so mal schnelles Ausweichen angeht oder mal schnell um eine Kurve fahren, da haben wir halt natürlich Probleme. Gut ist, dass da auch einige Passanten hier mit so einem Bordeaux-Root unterwegs sind. Schon mal nicht verkehrt. So, jetzt fahren wir doch mal ein bisschen Schotterwege. Kann ja wie auch anders hier. Schmuggelrute. So ein bisschen aufpassen. Das Fahrzeug ist nicht gerade unbedingt für solche unebenen Strecken gedacht. Blöd wird natürlich, wenn ihr jetzt hier in den Kopf fährt. Dann könnten wir ein Problem haben. Aber ich glaube, der eine Kopf auf der Autobahn, ich weiß nicht, ob er uns registriert hat. Er hat auf jeden Fall gebremst. Die Bremsleuchten sind angegangen, aber es kann halt auch sein, dass er dann uns direkt verloren hat oder so. Mal schauen. Und meine Painspray-Aktion wird die ja vielleicht auch ein bisschen jetzt durcheinander bringen. Man weiß es nicht. Ich hoffe mal. So, aber diesmal will ich jetzt echt überleben, ey. Das kann nicht sein. Aber das heißt echt blöde, bei so einem Auto, was vorne halt den Motor hat, wenn du da vorne erwischt wirst, dann ist es halt vorbei. Da kannst du eigentlich nichts machen. Ey, da fährt er zählich einen Kopf lang. Auch noch eine M4. Willst du mich jetzt trollen? Was fährt ein M4 über so einen Schotterweg, ey? Oh Gott. Ja, okay. Also wir sind eh am Ende dieser Straße. Das ist eh nicht so wild. Und ich glaube, in dem Gebiet sind nicht so schnell so viele Cops. ist noch hinten dran. Klar, weil man da halt nicht so schnell fährt, konnte der ja natürlich relativ fix wenden. Ist ein bisschen doof. Aber passt schon. Verkehr ist halt echt kritisch hier. So, kehren wir hier einfach mal um. Verkehr, Vorsicht. Der ist jetzt halt echt hier kritisch. Wenn man ihn echt so spät erst sieht. Aber diese Wendeaktion, da wäre halt auch wieder so ein wendiges Fahrzeug halt einfach Gold wert gewesen. Muss man einfach mal so ganz dreist sagen. Kommt da rum, kommt da rum, kommt da rum, kommt da rum. Bis jetzt sehe ich keinen. Ich glaube, wir haben ihn sogar abgeschüttelt. Gott, ist das scheiße, ey. Das Ding fährt dann aber überhaupt nicht im Kurven. so, fahren wir mal meine Lieblings- Schotterpiste. Nicht. selbe Situation jetzt eigentlich wie gerade eben. Wenn da uns einer halt jetzt entgegenkommt, dann sind wir erstmal lang gefangen. Weil hier gibt's lang jetzt keine andere Route als die hier. Zumindest so viel ich weiß. Ne, da ist keine Route. Jetzt sehe ich keinen hinter uns, aber das hat's manchmal ganz schnell. Das ist doch schon mal ganz gut. Autsch. Wir müssen Schaden schauen. Lenkung ist ein bisschen schon kaputt. Okay. Davon merke ich nichts. Das ist auch nicht so wild. Aber im Glück fahren wir jetzt da raus und da kommt einer schon entgegen. Da kommt auch schon einer entgegen. Das sehe ich ja von hier. Bisschen berührt hat er uns. Alle mit ihren deutschen Polizeiautos hier. Kriegen die australischen Polizeiautos jetzt nicht hin. Ich glaube, der hat nicht so schnell wenden können. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh, das ist der scheiß BMW schon wieder. Das ist aber gar kein M4. Das ist ein M2, glaube ich. Oder ein M235. Der ist auch noch so langsam gefahren, ey. Ich dachte erst so, höchstens ein Passant oder nicht? Ja, ein bisschen kaputt sind wir jetzt halt, aber was soll's. Alter, wie spät man den wieder gesehen? Habt ihr den gesehen? Das war wieder eine Corvette oder irgendwas, irgendwas Schwarzes auf jeden Fall. Wie spät man das einfach sieht. Echt mega aufpassen. Da steht schon wieder einer. Das ist ein Mustang. Chillt sich's Leben schön. Ist er AFK oder was war da los? Die alle schon hier sind. Voll. Alle schon hier sind. Wow, alles klar. Wie das Auto jetzt schon wieder kaputt ist. Alter, guck mal, dieser eine Minischlag macht das Auto so kaputt. Ist ja heftig. Ja, das ist halt ein richtiger Schwachsinn eigentlich. Komm! Das Auto kriegt gar nicht Sinn. Das ist komplett schon demoliert. Dieser eine Minischlag und bedenkt, da hatten wir schon Autos, die haben mit solchen Schlägen war das eigentlich gerade egal. Sogar ein M5. Okay, sogar ein M5. Ja, ja. Mach, 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 mach. Versuchen wir's mal so. Solange ich rolle, alles gut. Wie viele jetzt hier schon wieder waren, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, okay. Dann drückt mich halt in den Urwald. Nee, ist nix dafür. Ich kann eh nicht lenken. Ist da vorne eine Straße? Nee, ist gerade wie ein Fluss, ne? Oh, da war eine Straße. Und jetzt überschlage ich mich. Ja, wie lange wir leider sich noch überschlagen. Vielleicht schaffe ich es ja noch ein Festival zu fahren. Aber ich glaub's fast nicht so langsam, wie ich bin. Ah, da hinten ist schon wieder einer. Scheiße. Ey, dieser dumme Drecks-M5-Fahrer, ey. Komm, gestern. Ja, schubst mich ein bisschen an. Bisschen Starthilfe schadet nicht. Hinten reinfahren ist eh immer eine dumme Idee, wenn der Motor vorne ist. Du musst immer vorne reinfahren. Das liegt wieder auf dem Dach. Super. Gut, jetzt geht's eh nicht mehr lang. Es sind ja richtig viele da. Der Jaguar noch. Was mit der jetzt? Ja, schiebt euch gegenseitig weg. Ja, wirf mich wieder da hoch, dass ich gleich wieder auf dem Dach lieg. Okay, jetzt ist fertig. Lass mal so ausstehen. Ja. Diese dummen, ekligen, hässlichen, grünen, weißen M5-Fahrer, ey. Wie du, wie du. Mit dem hab ich auch schon Bekanntschaft gemacht. Der ist nicht toll. Aber Ray, mein Treffer war gut, oder? Von dem Challenger. Der war gar nicht so heftig, aber der hat das Auto halt komplett, der hat das Auto komplett schon ausgedockt. Aber er haut echt der Scheiß. Wie ich schon gesagt hab, bei diesen alten Kisten und wenn du da Motor vorne hast, da reicht so ein Minischlag, sind die einfach schon direkt kaputt. Ja, aber Ray hat versucht, zu tricksen. Sein Camero ist auf einmal rot. Ja, siehst du mal, Pain Spray, GTA bildet weiter. So sieht's aus. Ja, dafür hatte ich aber auch 91% Motor, 100% Lenkung nach dem Crash. Ja, bei mir ging halt aber leider auch nichts mehr dann direkt danach. Also einmal getroffen und dann war leider vorbei. Und das Problem ist, wenn du halt noch ein Fahrzeug hast, das ist einfach schon, wenn das Ganze schon nicht lenken kann, kannst du halt noch so einen Schlag halt gar nicht mehr lenken. Naja. Egal, das soll's gewesen sein mit der letzten Wheelspin, mit der letzten Cops vs. Racer Ausgabe für Horizon 3. Natürlich, die Frage kam immer wieder auf, werden wir natürlich auch Cops vs. Racer in einer Form, in welcher Form, wissen wir noch nicht, aber in irgendeiner Form auf jeden Fall in Horizon 4 probieren und versuchen. Natürlich wahrscheinlich auch verschiedene Formate und wir sind jetzt aber erstmal raus. Vielen, vielen Dank. Es gibt noch, wie gesagt, eine letzte Multiplayer-Folge in Horizon 3 und dann ist dieses Kapitel auch wieder abgeschlossen. Also schaltet da auf jeden Fall ein, wenn euch das heute gefallen hat. Däumchen nach oben wäre nice und wir sind raus. Bis dann. Tschaui! Ah, nee, halt, noch nicht raus. Gibt noch Late Night und zwar, wir müssen ja noch mal ganz kurz sagen, wer wie was aufgebaut hat, um den Wheelspin noch zu kompletieren. Deswegen machen wir es einfach mal kurz rechts nach der Reihenfolge Andi, fangen wir mal ganz kurz an. 120.000 gezogen, Corvette C5 und Viper Motorrad voll aufbau fast. Ja, Bello nun? Äh, 195.000 gezogen, E63 gekauft und voll aufbau. Fly Racing, 190K, Jaguar F-Type, voll aufbau. Krolsch? 150.000 gezogen, Honda S2000 gezogen, voll aufbau mit V8. Trap Wolves? 175.000 gezogen, Porsche Cayman, GT4 geholt und voll aufbau. Also bis zu dem Punkt sage ich jetzt schon mal, eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr, weil ich habe es schon erklärt, eigentlich ist es ja in dem Format so, dass der einzelne Racer ein etwas besseres Fahrzeug hat, weil sonst macht das ganze Format nicht so viel Sinn. Ja, ich kann jetzt schon mal sagen, die, die jetzt alles genannt haben, haben auf jeden Fall schon mal deutlich ein besseres Fahrzeug als ich, aber wir machen mal weiter, Lars. 200.000, BMW 1,5 voll aufbau. Maler? Äh, Celica gezogen, 50.000, Z4, hat er also 62,5 und irgendwie so nicht ganz voll aufbau. Der ist mir sympathisch, der darf bei Horizon 4 weiter dabei sein. So, Wurmel? Ich habe erst den Z4 gezogen, danach dummerweise den Donkervo, dann noch 100.000 und das Ding fährt wie ein Sackmehl. Renegade? Äh, Dodge, Challenger, Hellcat gezogen und danach noch 150.000, das heißt voll aufbau. Alter, wie ihr alle über 100.000 einfach habt und davon, äh, dann noch ein gutes Auto. Äh, Teardrop? 307.000 gezogen, Nissan GTR voll aufbau. Moment, 307.000. Nein, 200. Ach, 207.000. Ich habe nicht überdacht. Zerstörer? Äh, 175.000 gezogen, Shelby GT350R mit Viper-Motor voll aufbau. So, und jetzt an meine Zuschauer habt ihr noch irgendwie Fragen, warum das Ganze heute nicht so gut lief? Ja, ich würde jetzt aber gerne noch wissen, was genau du gezogen hast. Ja, pass mal auf, ich habe erst mal 45.000 gezogen und danach ging es bergab. So, ich hatte ja vier Spins, ihr Kackwürste, ja, und ihr hattet nur drei und zieht mich trotzdem ab, dieses scheiß Wien-Spin-Format, ey, das fuckt mich jedes Mal ab. So, ja, 45.000, 30.000, 15.000, äh, plus den hier noch, äh, den iRock Z, ja, und, äh, das heißt 90.000, habe, äh, den Viper-Motor eingebaut, das ist recht ähnlich wie, wie Andi, kein Vollaufbau, natürlich, das Ding fährt, keine Kurve und, ja, ist nach dem Puste, Puste, Blumen, Puster schon kaputt. damit beenden wir das Ganze. Ich schreie jetzt nochmal, äh, in den Raum rein und dann, äh, wie gesagt, man hört sich in der nächsten Folge und beziehungsweise in der letzten Multiplayer-Folge zu Horizon 3 wieder. Bis dann. Tschaui. 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 Tschaui.